Yo Leute, was geht ab? Mokai wieder am Start und heute mal ein kleines kurzes Video, was von Stormy gesponsert ist. Hey Stormy, danke, bester Typ. Stormy ist echt super. Der supportet mich öfters mal mit Kisten oder Schlüsseln. Und jetzt hat er gerade so ein, das ist verrückter Junge, der hat so richtig, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr seht, die ganzen Sachen, die ihr da seht, hat er mir reingehauen, hat gesagt, ey öffne mal, coole Sache, die du da machst. Und ja, jetzt machen wir so ein kleines Case Opening für Stormy. Und ich weiß nicht, ob ihr den Post vor ein paar Tagen gesehen habt, also war jetzt gestern, bis das Video kommt, vielleicht vor ein paar Tagen. Da haben wir eine Kiste geöffnet und da haben wir, wo ist die Waffe? Da haben wir echt geile Waffen, da haben wir diese AWP Asimov, eine der seltensten Waffen zur Zeit. Haben wir rausbekommen, deswegen bin ich bei guter Dinge, dass wir vielleicht sogar ein Messer bekommen. So, dann fangen wir doch mal an. Was haben wir hier? Schlüssel benutzen, da kann ein Jagdmesser sein. Man muss, man muss nur hoffen, die Hoffnung ist da. Eine McTen, davon haben wir schon ein paar, davon haben wir schon ein paar. Das ist, glaube ich, schon die zweite, die zweite, weil ich habe auch für mich private Zwischbar-Kisten geöffnet. Und ja, okay, eine McTen ist nicht schlecht, ist episch, schon mal besser als eine blaue Waffe, schon mal besser als eine blaue Waffe. Müsste nochmal dieselbe Kiste sein. Oh nein, nein. Oh, das war knapp. So eine Scheiße, eine AUG-Stat-Trick, das wäre richtig gut gewesen. Das wäre richtig gut gewesen. Egal, wir machen gleich weiter. Hier sind noch neue Kisten, AK Redline, ah. Da war, da war, da war die, da ist eigentlich nur die AWP Asimov so gut, meiner Meinung nach. Wir geben aber nicht auf, wir geben nicht auf. Ist noch einiges drin, da ist wieder die Asimov drin. Ich will natürlich diesen seltenen Spezial gegen schneiden, also ein Messer, das wäre richtig geil. OSBS Silence und Negev. Diese Negev hat der Parry jetzt in vier Kisten oder so in Folge aufeinander bekommen. Wir heben uns die grünen, die grüßen, grünen sind die besten Kisten, meiner Meinung nach. Ähm, heben wir uns fürs Ende auf. Und jetzt gucken wir, oh, da sieht gut aus. Am Anfang schon mal wenig epische, nein, Stat-Trick, welches? Nee, zurück, zurück. Stat-Trick, die mit Stat-Trick wäre natürlich besser gewesen, aber Sargent auch super mit Gebrauchsspuren, so wie ich das sehe. Also, äh, was haben wir denn? Die ist vom Kampf gezeichnet, minimal Gebrauchsspuren, Einsatzerproben. Ja, war jetzt nix super dolles dabei, aber waren schon geile Sachen dabei. Jetzt gucken wir, gucken wir, komm, weiter, weiter. Tag 9 mit Stat-Trick, okay. Nee, ich glaube, die sind sogar 4,5 Euro wert, ich bin mir nicht sicher. Weil die werden ganz oft gekauft, diese Pistolen. Ja, mal gucken. Komm, weiter, 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 weiter. Oh, da war's. Nieder jetzt Tag 9 ohne. Und die Leute fragen, ja, was machst du denn mit den ganzen Skins? Weil, wenn ihr seht, ich hab ziemlich viele epische Skins und zur Zeit bin ich dabei, so viele epische, also lilane oder aufwärts Skins zu sammeln. Äh, bis ich einfach mal eine extrem hohe Menge hab und dann schmeiß ich die in so einem, ja, in so einem Livestream schmeiß ich die dann raus. Also, an die Community. Natürlich nicht nur an, äh, random Leute, sondern, ich werd mir da überlegen, dass da schon die Stammleute was bekommen. Also, da muss man mal gucken, wann das gemacht wird. Aber bisher sammle ich noch ein bisschen. Diese Kisten find ich richtig geil, weil da gibt's einmal die M4A1 und die AK in, äh, legendär, also. Für mich ist dieses Rot legendär und das wär optimal. Am besten auch mit Stat-Trick. Und natürlich ein Messer gibt's da auch. Hoff mal, hoff mal, hoff mal, hoff mal. Oh, diese P90-Virus hab ich auch schon zweimal bekommen. Roter Python. Einer hab ich verschenkt, ich weiß gar nicht, man, nee, ich glaub ein, ein Zuschauer, beziehungsweise ein, der bei uns auf dem Teamstick ist, mit dem wir immer gespielt. Jetzt kommt mein Auto aus, heute aus. Nein! Da war doch gar kein, da war nur ein episches Teil. Was sind das für Kisten? Wann komm, ich weiß nicht, wie Leute so ein Messer holen können. Jetzt die letzte Kiste, ich steh sogar auf. Ich steh sogar auf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Eine von den beiden Waffen, das wäre optimal. Oder ein Messer. Komm. Nein, aber mit Stat-Trick. Eine Shotgun mit Stat-Trick ist auch super. Also sind ein paar Sachen dabei gewesen. Im Ganzen, muss man sagen, haben wir Pech gehabt. Bei 10 Kisten hat man schon eine, ja, hat man schon eine geringe Chance auf ein Messer oder auf eins der epischen Waffen, wie diese Asimov. Ich hab, von den grünen Kisten hatte ich damals 5 Stück aufgemacht. 3 mal episch, 1 mal blau oder 2 mal blau. Und dann die nächste war die ABP Asimov. Da sieht man. Die, die, also die sind ganz anders. Ist natürlich jetzt mit Gebrauchsspuren, also, aber ich find die einfach nur genial. Werde ich dann auch demnächst mal im Stream raushauen, sobald ich, ja, sobald ich da genug an Skins hab. Jetzt hab ich zweimal diese Waffen hier. Hab ich sogar zweimal die McTan bekommen, ne? Oder? Können wir mal gucken, Slot. Was haben wir denn hier? Da könnt ihr einmal den Überblick haben. Ja, wir haben jetzt dreimal diese McTan. Ah ne, zweimal. Einmal haben wir mit Hitze. Barrett's. P2000 haben wir ein paar Mal. UPS. Hier hab ich geliehen bekommen von einem Zuschauer. Coole Sache. Was haben wir denn hier? Da die P90 Videos haben wir einmal verschenkt. Haben wir heute noch einmal gezogen. So. ABPs. Aber jetzt gleich was soll erstmal. Deswegen Leute, danke fürs Zuschauen. Nochmal hier ein Herzchen an Stormy. Stormy, bester Mann. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.